Da, gib mal aus. Aber kauf dir kein Alk. Oh ja, oh ja. Da gibt's viele Zimmer ab, die Schaden machen. Dann gibt's mehr, dann kann ich noch einen Raketenturm bauen oder so. Kann auch noch Amp oder so. In der Amp, jetzt wär schon ein bisschen was früh, glaub ich. Ja, wie gesagt, Raketenturm. Irgendwo mittig platzieren. Oh. Da. Ach, der kann's auch haben. Da. Exakt mittig, oder? Ja. Nee, exakt mittig soll ja die Amp rein, im Endeffekt. Rechts aus. Einen daneben. Nee, dahin. Auch da exakt mittig, ja. Ist halt jetzt alles wieder nicht konzentriert. Ja doch, warum? Amp kann ja links daneben und Feuerleiter unten dran. Naja, für die Damage sollen ja eigentlich eher so hier unten in der Ecke machen. Weil wir hier mehr Türme haben. Wo wir, äh, die Amp nicht weiter kriegen. Nö, wir haben oben, oder? Ich weiß nicht, ob das... Ja, oben hast du die beiden, ähm, Weltelemente im Weg. Die Türme sind verstreut. Warte mal, da hast du vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn vielleicht. Und unten rechts hast du... Ja, auch so ungefähr zehn. Vielleicht elf. Kommt drauf an, ja, ist eigentlich egal. Naja. Kann man ja doch dann noch entscheiden, wenn es wieder härter wird. Aber ich würd schon sagen, wir bauen die Türme jetzt schon mal ab und konzentrieren die mal da so in der Ecke. Pff, meinetwegen. Dann lohnt sich wenigstens auch richtig. Ja, weil da unten müssen alle vorbei, ne? Mhm. Dann ist okay, dann baue ich mal meine Türme wieder ab. Ne, ich nehm den Minenturm auch mit, ne, oder? Jo. Aber die Amp soll dann praktisch hier so hin, oder... Wo so hin? Da so hin, joo... Das ist, glaub ich, mit der beste Platz. Jo. Mach mal's so. Oder vielleicht noch eins drüber? Hm, ne, da ist zu viel auf die einen Plattform verspendet. Dann ist schon gut. Hm. Ah, stimmt. Vieles besser. Ich mein, ich kann theoretisch einen Firelight-Tom daneben stellen. Jo, mach mal. Hier vorne, oder? Hm. Hm, ja. Bei dem ist ja halbwegs egal. So, schon was haben wir denn da, ne? Naja. Doch, geht. Und irgendwann ist sich wieder zu fein... ...den Kanal zu verwenden, zum Schreiben. Andreas. Andreas. Andreas diesmal, okay. Nicht sehr weh. Weil jetzt halt, jetzt ist die Reichweite doch eigentlich von der Amp ziemlich nice, oder? Jo. Sieht gut aus. Ja. Akzeptabel. Der Feuerlight-Tom erwischt halt jetzt verdammt wenig. Ja, aber es ging ja um die Amp hauptsächlich. Eben. Obwohl, wir können hier noch die Kette hier, äh, weiter ankommen auch nochmal drei. Eben. Dann hast du ganz viele. Dann hast du einen ziemlich guten Damage-Ausput. Jaaaa. Wenn nicht optimal ist, aber... Auch Yoga. Ja, die gehen halt dann wirklich nur an... Man kann Folter kaputt optimisieren, ne? Weißt du. Ja, ich weiß. Und das ist auch nicht welche von mir. Fokus. Wo, wo, erreicht der noch? Erreicht praktisch überall noch. Na wohl, warte. Bau mal deinen Fokus hier hin, weil dann ist er in der Feuerleitung. Da? Ist, glaub ich, gut. Übriglich. Wo du gerade stehst? Ja. Ja, dann ist er noch im Ding drin. Ist besser. So. Es geht um ein Drohnen-Turm. Ja, ich hab den Minenspender jetzt ja abgebaut, ne? Ich bin doch dumm. Wohin mit dem? Ach. Es ist Zeit. Oh, du hast 1200 Kohle. Ja, die Frage ist, wohin damit? Ja, Minenspender? Hm. Also der, der kaputte, der Super-Minenspender da, der... Ja, klar. Bärenfallenspender Musst du mal gucken, haben wir irgendwo einen entlegenen Punkt, wo die Amp dran reicht Na praktisch hier, wo ich stehe, denke ich mal Das eignet sich für einen Turm nicht sonderlich gut, also können wir den da dran setzen Da? Hm Oh, doofen Alpha-Rennen Ach ja genau, es hat einfach keine Clipbox Was ist keine Clipbox? Hitbox Kon da Ach doch, jetzt schon Ähm, ja dann upgrade mal noch ein bisschen was durch die Gegend, ne, hier die Kanone zum Beispiel Was für, welche Kanone? Nehm dir Auf der Seite Die Sachen, die neben mir sind, hast du so ein bisschen was, nein nicht overchargen Äh, ich hab grad nicht mehr hingeguckt Ein bisschen was vom Leben, ne? Äh, wo bist du? Ich hab keine Kanone Ach, gib mir Weil ich sie dann platziert auf Na gut Mir düngt sich stünd ein Platz daneben Eigentlich herneben, ne? Was soll's Neh, das knallte mich schon wieder ab? Neh Soll ich noch was platzieren? Ich hab noch 92 Punkte Noch ein Fokus, noch ein, irgendwas Äh, ist alles auch wertet, ja, sieht so aus Ich hatte nämlich zwei Foki eigentlich abgebaut und nur einen platziert, also Joa, dann pack noch einen zweiten hier irgendwo hin Da hin Da hin Vorerst Joa Passt Also, ich, ich wurde ja zu verdonnert, hier zu den Backelkläften zu gehen Ich hab nen Klappstuhl runtergekriegt Toll gemacht So ein pisser Wursche So ein pisser Wursche Was ich selber das so verdonnert, will ich nur nochmal erwähnen, ne? Okay, warte, jetzt bin ich verwirrt Wo kommen welche Gegner her? Hier hinten kommt ein Sprenger Ja, ich bin unterwegs Übrigens wäre gerade der Kerner Sprenger Sprenger Das einzige wirkliche Problem, was wir momentan haben So, jetzt sind sie weg, ja, gut Und die Wackelkläppen, an denen ich einfach kaum Schaden mache, ne? Okay, so mehr Danke Ja, ja Okay, was kommt jetzt? Hm, okay, jetzt wird's schon ein bisschen hell Ungleich stärker Ungleich stärker Jo Äh Ne Nicht über Drohentürme Ich bleib hier hinten aus meiner Ecke Ich bleib hier hinten aus meiner Ecke Ich bleib hier hinten aus meiner Ecke Ne Oh Mann, oh So Haben wir den Kern jetzt beiden noch supi, oder? Äh, jo, ne? Jo 3.950 Also ehrlich Nicht Danke für die Ressourcen Ach, waren nur 30 Kletze Noch irgendwas nicht voll Upgradet? Nö Wollen wir was Neues platzieren wollen? Äh, Türme, ne? Ja Ach so, Kletze Ja So, wo hat Marco sein jetzt eigentlich nur geballert? Bin durch Bin durch Ah, okay Ebenso Perfekt Ja, ja So, wie sieht's aus mit der Arm Wollen wir noch neue Träume setzen? Jetzt, jetzt, weiß ich nicht Nimm den hinter mir jetzt auch nochmal komplett mit ein, oder? Den Den, auf den du grad schaust, oder? Den da Den da Ah, das ist schwer zu sagen Markus? Ich würd schon sagen, weil er über den Mittelpunkt rüber geht ein Stück weit Stimmt, auch wieder Yes Wollte doch immer, dass er ist Aber wir haben genügend andere Plätze, um Tüme zu platzieren, also Da bringen wir locker 15 Stück rum Ja, gut So So Jetzt fahrraden Blitztom, weil die hier so gut reinpassen Ich wollte hier hinten hin Ich wollte hier hinten hin Die sind Die größte Gefahr momentan Die sind die größte Gefahr momentan Ja, der Kerne wird vielleicht angefressen Ja, scheiß Springer Aber ich meine, nächste Runde ist der auch wieder voll drauf Ja, der Kerne wird vielleicht angefressen Ja, der Kerne wird vielleicht angefressen Ja, der ist vielleicht tot Klar Ich fahr um mich auf die Rückkehr der Heiler Ja Hoffentlich nicht Genauso wenig wie die Mutanten Oder Mutiere Zeitlimmeln Ja ho Und wieder so eine Easywelle. Na, quasi easy. Quasi easy. Quasi easy. Ja. Verbale Expektorationen. These will work nicely. Yes. Vielleicht noch einen Kanonenturm setzen? Haben wir, glaube ich, noch keinen. Tue ich einfach. Ja, tu du. Ich gehe... Ach, kaum. Jetzt kann ich kein Tool mehr bauen. Ja, genau. Oh, das ist wirklich soick, das ist... � Ich spaw noch immer mal irgendwo anders. Mal mitten im Feld, mal auf die Plattform oben. Das ist am Wechselsweich. Ich liebe dieses Geräusch. Welches? Wenn zehn Gegner auf einmal so in Leichenexplosionen aufgehen. Ah, ja. Das Bild von brennenden Kampfläufern. So wird's schwerer? Nö. Nicht wirklich. Lustzombies jetzt mehr. Ich hab meinen einen Block mal selber gesetzt, ne? Wir könnten sogar noch einen Turm setzen, wenn wir wollten. Aber wir kommen nicht dazu. Ja. Ah, jetzt hab ich ihn overcharged. Wir kämen schon dazu. Und die Frage ist, wo machen wir das sinnvoll hin? Also ich hab hier halt noch mehr Kairos. Könnte sogar recht praktisch werden, theoretisch. 80 Punkte noch dazu. Äh, wo hängst du denn? Ach da. Da. Ah, ich glaub hier hat ne ganz okaye Range. Also von meinem Turm hab ich jetzt eigentlich alles gut stehen. Und zwei Dings und eins das. Ja. Ich auch, ne? Einen Turm könnten wir noch platzieren, wie gesagt. Tja, namentlich aller wahrscheinlich direkt nach hier, wo ich jetzt stehe. Ne, beziehungsweise gar nicht. Hier? Ja, genau. Ja. Da geht ein Turm, haben wir schon einen, oder? Ja. Hm. Was haben dann meistens Schaden? Oh ja. Fokus. Fokus. Okay, Fokus. Ansonsten hier kommt auch einen hin platzieren, ne? Aber ne, der ist nicht wahr. Ist okay. Ist schon gut so. So. Daemon? Ja. Fokus. Ja, ja. So. Und rein in den Fokus. Und rein in die Gump. Ich bin bei meinem Eck da hinten, ne? Mhm. So. Seht ihr noch irgendwelche Orte, wo man sinnvolle Blöcke hinsetzen könnte? Ich sehe nämlich keine mehr. Äh, lass mal nachdenken. Könnt ihr höchstens noch einen ersparen. Der bringt uns noch nicht viel. Doch. Also mal ehrlich, vor dem zweiten Kern könnte man da nicht noch, da wo die vier Blöcke sind, noch so eine ganze halbe, ähm, Wegstrecke einbauen? Könnte man. Allerdings laufen jetzt nur über so eine Druckplatte. Kann man das sonst nicht hinkriegen? Ich wüsste nicht wie. Fragen wir Markus. Hm, wo? Ja. Gelb. Okay. Hm. Ja, man könnte sich Regeln überlaufen lassen. Hm, ne. Das garantiert es ja nicht. Dann laufen die ja hier außen drumrum. Dann lösen die ja nicht aus. Die ist ja genau an, äh, an den Einpunkter gebunden. in dieses Feld. Hm. Hm. Und klar, wenn man so machen will, ist dann halt nicht ganz effektiv. Nein. Wenigstens kriegen wir unsere Blöcke los, das ist doch das Wichtigste. Na ja. Dann kommt hier noch einer hin und, ähm, ich glaub da unten ist noch ganz gut. Hey, ne, bestimmt, wir könnten die Springer versperren. Mann, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Tja. Warte, ich klau da hinten mal noch einen Block. Hm. Oh, kann die Springer wirklich versperren? Oh. Jo. Ich klau gleich mal drei Blöcke. Ich hab zwei geglaubt. Hm, reicht nicht ganz. Sicher? Sicher. Ich glaub das ist ganz gut. Nein, ich glaube das ist besser. Oh. Oh, ja. Ja, das ist besser. Übrigens Minen, also Bärenfallen. Kannst du doch gerne selber tun. Musst du nicht immer mich für beauftragen. Doch, Beschreibung. Alter, ich hab dich nicht darum gebeten, mich irgendwie so auszuschreiben. Doch, hast du. Nein. Du hast gesagt, ist okay, als ich den Vorschlag gemacht habe. Ja, klar. Weil nichts besseres kam. Ja, eben. Ich hör aber auch nichts außer dir einfach nur hier random hier hin zu platzieren. Das kann jeder. Ja. Aber dann scheint es mir nicht so, als würdest du an der Konstruktion hier mit teilhaben. Hab ich doch auch. Immer mal wieder. Ja, den Zimmer bauen. Ich bin halt nicht so der Denker bei sowas. Lass mir das weiter im Takt.